hallo meine lieben herzlich willkommen zu einer neuen wochendeko und ja es ist montag das heißt es gibt eine neue woche zu planen und mein anhänger wie ihr sehen könnt ist wieder heil den hat mir mein mann repariert mein mann ist zahntechniker und hat da ja das werkzeug und auch kennt sich damit auch gut aus und kann solche kleinen sachen machen ich habe da absolut kein auge dafür ja ich zeige euch erst mal die letzte woche ich habe hier übrigens das flyleaf geändert ich habe jetzt hier so libellen flyleaf ich weiß nicht ob ihr sehen könnt aber und ich habe ich habe die listen raus gemacht also ich habe einige abteilungen raus gemacht weil ich habe jetzt die den ganzen kalender drin also bis ende des jahres ich hatte vorher nur bis juni drin und juni haben wir ja nun fast und deswegen habe ich jetzt den ganzen kalender rein gemacht und dann war es aber so dick die kate dass ich übrigens meine kate liegt flach also die lag eigentlich schon von anfang an flach ich habe da gar nicht viel machen müssen meine goldene die lag liegt nicht flach ja und damit eben der kalender reinpasst also der kalender für den rest des jahres weil ich habe das gern zusammen jetzt die sachen die ich schon dekoriert habe habe ich jetzt die listen raus gemacht und habe jetzt hier nur noch meinen stempel farben katalog drin weil ich den ja immer auch für die wochendekorationen brauche und das war es alles andere habe ich jetzt raus also auch den des youtube abteil habe ich jetzt in welchen kalender ich glaube in den lusen habe ich den rein ja aber darum geht es nicht wir dekorieren also das ist meine letzte woche genau die wollte ich ja noch mal zeigen so sieht sie jetzt so sieht sie jetzt finally aus ich habe hier diesen käfig wieder weg gemacht war mir dann doch zu viel und habe jetzt einlagen haben zwar ein bisschen gelitten aber okay ist nicht so dramatisch aber so gefällt es mir jetzt total gut und die woche kam bei euch ja auch recht gut an und ich glaube ich habe es während ich diese woche schon dekoriert habe erwähnt dass ich gerne mal was blumiges frühlingshaftes machen möchte ich habe dieses mädchen hier ich halte es mal ein bisschen in die kamera dieses mädchen hat mich zu der woche inspiriert weil ich dieses mädchen einfach total ja so fröhlich frühlingshaft finde und das ist ein bonbon mädchen gibt es auch bei pink hoy zu bestellen die bonbon mädchen mädchen sind ja mittlerweile auch recht beliebt und ich habe mir da ich glaube zwei sets bestellt also nicht nur bonbon mädchen sondern auch noch small mädchen weiß ich ob ihr die kennt die kann ich euch vielleicht auch mal zeigen ja und dieses mädchen habe ich mir jetzt raus gesucht für so eine frühlingshafte dekoration und ich lasse mal hier liegen und ja wir starten gleich mal als erstes möchte ich mit diesem tag beginnen weil ich dieses total gern mag zurzeit ich habe damit auch schon jetzt öfter in meinem garten schörner dekoriert und ja ich finde man kann es total gut einsetzen es gibt auch ein ähnliches tape was mit zu roten backsteinen ist also das hier ist ja jetzt schwarz weiß aber es gibt auch noch eins mit zu roten steinen so roten backsteinen und das schleiche ich auch schon die ganze zeit um habe ich aber jetzt noch nicht gekauft ich überlege jetzt gerade ob ich hier unten wieder so eine weiße linie freilass oder ob ich bis runter das warte ich jetzt erstmal noch ab und ja dann möchte ich gerne auf der anderen seite beziehungsweise eigentlich möchte ich das so ein bisschen überlappend machen muss ich das hier glaube ich noch mal weg machen hier so dieses tape hier möglichst nicht schief ich glaube die einlagen liegen schief ja das ist jetzt ein bisschen blöd hier steht nämlich ein spruch drauf und den spruch würde ich jetzt abschneiden dann muss ich es noch mal kurz weg machen und hier ist auch so ein halber spruch drauf also hier steht hier stehen auch verschiedene sprüche hier steht zum beispiel let life be beautiful like summer flowers und hier diesen spruch kann man nicht mehr sehen weil er ist abgeschnitten aber den schneide ich jetzt hier noch ganz weg also ein halber spruch ist ja auch doof und dann könnte der hier ja dann passt der hier auch drauf so jetzt muss ich hier glaube ich auch noch mal dieses teils ein bisschen hoch ziehen so naja das ist jetzt so ein bisschen transparent das ist jetzt auch nicht so ich glaube das muss ich wegschneiden das mauer tape ist leider ein bisschen transparent und das ist ja dann nicht so schön wenn man das durchsieht so ja was könnte ich euch erzählen also zum einen wollte ich euch sagen die das frage antwort video habe ich nicht vergessen das kommt noch ich komme noch momentan nicht so zum videos drehen weil ferien sind und ja wie es eben in ferien so ist habe ich natürlich meine kinder muss ich hier noch so eine ecke hin machen und muss mich um die kinder kümmern das heißt muss also kümmere mich natürlich um meine kinder und habe dann nicht so viel zeit um videos zu drehen und ich bin auch gefragt worden oder ich bin jetzt schon öfter gefragt worden sonntags ob ein video kommt also ich mache generell eigentlich samstags sonntag normal keine videos außer ich habe jetzt irgendwie eine spezielle challenge oder so aber normal lade ich eigentlich immer montags hoch weil sonntags kommen so viele videos also zumindest in meine video box auf youtube und da muss ich echt immer total scrollen dass ich nicht irgendwie ein video verpasse und deswegen habe ich mich entschieden generell am montag hoch zu laden weil ja sonntags laden einfach so viele hoch und ich denke mal gerade wochendekorationen werden so viel am sonntag hoch geladen und es ist vielleicht ganz schön wenn man dann auch am montag oder dienstag noch irgendwie was frisches rein bekommt und ja deswegen lade ich eigentlich immer montag oder dienstag hoch weil es für mich auch einfach einfacher zu managen ist weil sonntags verbringe ich den tag mit meiner familie und habe dann eigentlich keine zeit um videos zu schneiden oder zu drehen und ich drehe meistens am montag die wochendeko oder schon am freitag zuvor und ja lade dann entweder montag hoch oder eben dienstag je nachdem wie ich dann mit dem schneiden also zeit findet das video zu schneiden also so viel mal zum ablauf und dann mal mache ich meistens noch mal dienstag oder mittwoch ein video was dann ende der woche immer kommt wobei ich das halt auch nicht immer so ich möchte da keinen festen upload termin bekannt geben weil ich mir selber da keinen druck und keinen stress aufbauen möchte es soll ja spaß machen und wenn ich dann einen festen termin habe dann möchte ich die noch einhalten und ähm ja dann stresst mich das vielleicht wenn ich aber keine zeit habe weil ich irgendwie was wichtigeres zu tun habe und youtube beziehungsweise auch filofaxing ist ein hobby für mich und ähm ja deswegen kann ich mir da nicht irgendwie oder möchte ich einfach keinen festen termin euch sagen weil ich finde es dann blöd wenn jemand am donnerstag auf ein video wartet und es kommt dann keins und ich weiß auch nicht ob ich immer zwei videos die woche schaffe deswegen möchte ich mir das einfach offen lassen und wer ich kann da nur den tipp geben mich zu abonnieren wer meine videos gerne guckt weil dann seht ihr es ja automatisch in eurer abobox und meistens also nicht immer weil manchmal vergesse ich es aber meistens äh poste ich es auch auf facebook in der filo tube gruppe und auf meinem instagram account wenn ich ein video äh wieder online habe aber ja am einfachsten ist es wirklich ähm den kanal zu abonnieren weil dann bekommt man es ja automatisch angezeigt und kostet ja auch nichts und frisst ja auch nichts und äh ja so also ich möchte jetzt das mädchen gerne hier dann oh jetzt muss die auf dem spruch stehen hier dann noch so mit her ähm kleben und möchte aber gerne ja eigentlich dachte ich ich mache hier noch so ein so einen sukkulenten teil hin ich habe dieses tape also das ist eins der tapes das kann ich ja mal ganz kurz eine frage vorweg nehmen ich bin gefragt worden also für meine frage antwort video was natürlich auch noch kommen wird versprochen aber unter anderem kam die frage welches tape ähm ich glaube sogar welches gehypte tape wolltest du unbedingt haben und hast dann nie verwendet und dazu gehört dieses sukkulenten tape dieses große ähm das war ja eine zeitlang total gehypt und dann habe ich mir das auch bestellt weil mir die dekorationen auch alle wirklich total gut gefallen haben aber als ich es dann da hatte ich weiß nicht wie es bei euch so ist aber wenn dann so ein tape so super gehypt ist dann will ich das irgendwie gar nicht verwenden weil ich komme mir dann immer so wie so eine kopiererin vor wie so eine nachmacherin und äh ich meine klar ich habe auch die deutsche vita mädchen aber trotz alledem sieht ja eine dekoration immer anders aus aber wenn man dann auch immer noch das gleiche tape mit dem gleichen mädchen und ich komme mir da immer ein bisschen albern vor auch wenn es mir vielleicht gefällt ich komme mir dann einfach ein bisschen blöd vor wenn ich was total fast exakt gruppiere und oder nach mache oder ähnlich mache und deswegen das gleiche war mit diesen hedermädchen die waren da eine zeitlang so gehypt und jeder hat nur noch hedermädchen dekorationen gemacht und dann hatte ich die zwar da und und mir gefielen die auch total gut aber ich hatte dann gar keine lust die zu verwenden weil ich einfach da nicht dazugehören wollte zu den ach jetzt macht die auch noch jeder mädchen dekoration es ist vielleicht albern aber ja lange rede kurzer sinn ich habe dieses sukkulenten tape nie verwendet weil ich einfach weil ich einfach irgendwie keine lust hatte ja die ungefähr zehnte oder zwanzigste zu sein die dieses tape hernimmt und ja und jetzt habe ich das tape und jetzt gefällt es mir auch irgendwie nicht mehr so gut ich ja ich weiß auch nicht es ist so ein typisches tape was man sich kauft weil es gehypt ist aber irgendwie gar nicht so ja besonders ist also ich habe es jetzt raus gekramt für diese mauer weil ich mir weil ich habe draußen eine mauer und ich habe da auch so sukkulenten also im endeffekt sind es ja so dachwurzeln was ich habe draußen im garten und da sieht das finde ich auch immer ganz cool aus und ich habe zum beispiel auch so einen so eine wie heißt es denn so ein dach so eine dachpfanne genommen habe da ein bisschen erde rein und habe dann diese teile da rein gepflanzt und das sieht echt total cool aus und ja also ich finde dachwurzeln oder sukkulenten an sich schon ganz cool aber ich weiß einfach nicht wie ich da großartig dekorieren soll mit dem tape und jetzt hier zu der mauer passt ganz gut wie ich finde aber ja das war eben eins der tapes also um diese frage vorweg zu nehmen ich werde die dann in dem frage antwort video trotzdem nochmal beantworten weil es gibt sicherlich noch mehr tapes oder sachen die ich aufgrund eines hypes gekauft habe und dann nicht verwendet habe weil ich lasse mich da immer sehr schnell anfixen und ja und wie gesagt ich habe die sachen dann da und habe dann irgendwie scheu sie zu verwenden weil ich immer dann so das gefühl habe ich gelte dann als nachmacherin oder als gruppiererin oder wie heißt es ja so eben in der art und ja ich weiß auch nicht vielleicht rede ich mir da auch einfach selber was ein wahrscheinlich findet es keiner schlimm wenn man wenn zehn leute das gleiche tape verwenden aber ich finde es dann immer ein bisschen nervig irgendwie so jetzt wollte ich eigentlich hier noch ein paar so blumen hin machen wo habe ich jetzt hier habe ich dann noch weiß ich jetzt gar nicht ob das so passt aber ich habe hier noch so einzelne einzelne blumen und da dachte ich wenn man die so ein bisschen ausschneidet und da so mit hin klebt zieht das vielleicht ganz gut aus mal gucken wie das aussieht ja mal schauen was kann ich euch noch erzählen ja nächste woche ist ja deko together wenn ich das jetzt richtig verstanden habe das thema weiß man noch nicht aber da werde ich auf alle fälle mitmachen und die woche drauf habe ich wieder mit einer ganz lieben youtuberin getauscht die einlagen also das seht ihr dann übernächste woche die deko habe ich auch schon abgedreht die ist auch schon fertig und ich gebe euch jetzt einfach mein tipp die deko ist sehr bunt und sehr voll mal gucken ob ihr drauf kommt mit wem ich die einlagen getauscht habt ob ihr die kennt und ob ihr drauf kommt bin ich jetzt mal gespannt also ich habe mit einer youtuberin getauscht die sehr bunt und sehr voll dekoriert und ja mir gefällt ihr stil sehr gut und ihr könnt mir jetzt einfach mal sagen ob ihr drauf kommt wer das ist und mir ist natürlich in die kommentare schreiben logischerweise ja und dann die woche drauf werde ich wahrscheinlich schon die urlaubswoche dekorieren weil wir dann in den familienurlaub fliegen und da versuche ich dann also zum einen werde ich natürlich die woche dementsprechend oh jetzt habe ich das blatt abgeschnitten die woche dementsprechend dekorieren da habe ich mir auch schon ein paar tapes besorgt und dieses tape wo so wo so schwimmer drauf sind ich weiß jetzt gar nicht ich glaube das ist von von me tape das ist eigentlich auch relativ bekannt und ein paar so strand tapes und pool tapes und solche sachen auf die woche freue ich mich auch schon total die zu dekorieren und ja und danach geht es wieder normal weiter also mit ganz normalen wochen dekorationen habe ich jetzt das tape hingelegt hier was habe ich dann noch also da habe ich jetzt hier noch so eine rote ja ach ich mache noch ein paar und ja dann wollte ich euch noch erzählen ich habe zum ersten mal bei aliexpress bestellt washi tapes normal bestelle ich ja eigentlich immer bei etsy weil man bei etsy bequem mit paypal zahlen kann und ähm ich mag eigentlich aus dem grund pink hoy und aliexpress nicht so gern also die mädchen gibt es halt leider nur bei pink hoy aber man muss halt dann immer die kreditkarte vorkramern und die nummer eingeben und ach wenn ich so abends auf der couch flätze und ähm bei etsy durchschaue und dann ja bestellt sich es natürlich schöner es ist natürlich auch gefährlich aber das ist so der grund warum ich ganz gerne bei etsy bestelle aber jetzt habe auch ich schon kapiert dass es bei aliexpress eben recht günstig ist und da will ich dir eigentlich so herkriegen ja also dass es bei aliexpress sehr günstig ist und 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 deswegen habe ich jetzt auch mal bestellt vor allem weil ich diese tapes also irgendwie ich glaube ich klebe jetzt erstmal das mädchen hier auf ähm also ich zeige euch die tapes gleich weil eins davon möchte ich eventuell in dieser wochendekoration verwenden es ist halt schon wahnsinn ich habe für ein ein tape wo sieben meter drauf sind wenn ich wo auf dem sieben meter drauf sind deutsch also auf dem sieben meter drauf sind habe ich eins ich glaube 1,30 bezahlt inklusive versand also der preis ist halt schon echt finde ich bombe und ne und ähm ja ich werde dann jetzt wohl öfter bei aliexpress bestellen auch wenn mich das tierisch nervt mit dieser kreditkarte weil ich dann immer diese kreditkarte da raus kramern muss und ich da eigentlich keine lust habe wenn ich auf der couch liege so ähm ja jetzt glaube ich mache ich hier noch ein bisschen so blümchen weil hier sieht es auch so ein bisschen abgeschnitten aus ich könnte natürlich einfach hier das auch so ein bisschen von dem hier noch ausschneiden eventuell ja also lange rede kurzer sinn habe ich glaube ich heute schon mal gesagt ich finde aliexpress hat echt ganz schöne tapes und ich glaube ich glaube ich werde da jetzt öfter bestellen und bei pinkoy ja gut bei pinkoy habe ich bis jetzt einfach immer nur die mädchen bestellt halt ähm die seite ist halt vom handy aus gar nicht machbar weil die ja auf ähm keine ahnung was das ist chinesisch chinesisch ist und und da muss man erst auf also die das kann man nur am pc machen weil da muss man erstmal auf englisch umstellen und dann weiß ich da auch immer nicht so recht wo ich dann gucken muss jetzt muss ich noch ein bisschen weiter rüber setzen naja gut ähm ja das tape wovon ich jetzt die ganze zeit geredet habe oder die tapes von aliexpress das sind die hier vielleicht kennt ihr die auch alle schon also es gibt 24 designs ich habe mir jetzt erstmal nur 1 2 3 4 5 6 7 bestellt ich ringe aber gerade mit mir mir auch die anderen zu bestellen ich wollte jetzt erstmal gucken wie die aussehen und ob das überhaupt was ist aber ich finde die so toll die tapes und wie gesagt ein tape hat sieben meter drauf und kostet irgendwie 1 30 glaube ich haben die gekauft also eine schachtel und das tape was ich mir jetzt hier ganz gut noch vorstellen könnte wäre dieses hier mit den vögeln ich habe mir überlegt dass ich vielleicht hier oben so also ich hätte jetzt gedacht dass ich das hier so so klebe so 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 dann muss ich jetzt mal langsam schreiben so 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 und jetzt habe ich doch von der alex alex dummes mädchen dieses katzen sample bekommen und jetzt möchte ich gerne hier außen noch das auch diese katze da mit auf die mauer setzen hier so jetzt was mache ich jetzt mit diesem dings hier ich glaube ich setze das noch ein bisschen höher so so ich mache sie zu jetzt habe ich mir eigentlich noch stempel zurecht gelegt aber ich weiß gar nicht ob ich jetzt noch stempeln möchte ich glaube das wird dann alles ein bisschen zu viel des guten so 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 Von meinem Filofax Flohmarkt muss ich heute noch wegschicken und ja dann habe ich ja heute jetzt das Video gedreht, da schreibe ich jetzt hier noch ganz kurz, ganz klein habe ich hier noch einen kleinen Planer, weil dann schreibe ich das auch noch mit rein So, also wir stempeln hier einmal das YouTube Zeichen für den Upload Also das machen wir einfach mal, wo machen wir das denn hin Da hole ich den Planer vom Zoll ab, da machen wir drunter einfach Oder ich stempele das hier mit hin, Upload Nein, ich möchte eigentlich gerne dieses Video morgen hochladen Wir machen hier das YouTube Zeichen und schreiben hin Upload, so und dann machen wir hier Da reingelangt So Machen wir hier Das Zeichen für den Videodreh, wochendeko So Dann haben wir das Dann Ich weiß noch nicht, was wir da machen So, das ist jetzt meine fertige Wochendeko für diese Woche Spontan fällt mir der Name Auf der Mauer auf der Lauer ein Das ist ein Kinderlied Wegen der Katze Ne, also mir gefällt es total gut, muss ich sagen Es ist ja eigentlich selten, dass mir Wochendekos gefallen, aber ich finde die ist ganz gut geworden Sie ist zumindest so geworden, wie ich sie auch haben wollte Mit den Frühlingshaften, mit den Blumen, mit den Mädchen Und Ja Ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Woche findet Und Dann sehen wir uns Ich weiß nicht, ob ich diese Woche noch ein Video schaffe, ehrlich gesagt Aber wir sehen uns auf alle Fälle Nächste Woche zur Deko-Together-Woche wieder Und dann werde ich als nächstes versuchen, das Frage-Antwort-Video abzudrehen und hochzuladen Und ob dazwischen noch ein anderes Video kommt Ich muss mal gucken, wie die Woche noch so läuft Und ob ich es schaffe, irgendwie Noch ein Video zu machen Aber ansonsten Ja, gibt's halt dann die nächste Wochendeko wieder Bis bald Macht's gut, meine Lieben Tschüss Tschüss 4 4 5 Untertitelung des ZDF, 2020